ja hallo ihr lieben christian schon mal pathokoport beziehungs gut so und diesmal wieder block um die themen der dimension liebe und ab und zu ja ich mach mal ein bisschen mehr nicht glaube ich ja ab und zu begeben wir uns ja mal die niederung des trashes und da wollt ihr was wissen zu peter und ihres klein die jetzt auch im promi big brother sind wer ihr nicht kennt guckt euch einfach das nächste video an das ist nicht so wichtig ja also die was kann man dazu sagen ja sie sind ja getrennt schon längere zeit und es gab ja dann diesen skandal weil also der peter klein ihr mann sich da getrennt hat während er begleitperson war irgendwie für den dschungel damals und ja mit dieser yvonne wölke was an oder was weiß man noch nicht mal aber irgendwie haben die halt geflirtet der hat sich getrennt und ja also mal so wenn es nicht kameras drauf wären ja wäre es eine ganz normale andere auch so glaube ich es ist einfach was wird immer viel gesagt mit ja fremdgeher und ehezerstörer und ja klar aber ich meine die meisten eben gehen auseinander promi gehen sowieso zum super hohen prozentsatz auseinander und überraschung die gehen nicht lautlos auseinander sondern oft ja gibt es eben messi übergang und ja ist nicht schön und irgendwelche dritten personen sind involviert leute so ist das leben ich meine dazu sagen ist er jetzt nicht monatelang oder jahrelang heimlich fremdgegangen oder so er hat sich direkt getrennt also da kann ich schon immer nicht verstehen wer darf sich doch trennen warum ist das immer gleich böse und da machen machen jeden tag trennen sich millionen leute irgendwie also da komme ich schon nicht so ganz mit und auch ansonsten zeigen sich halt viele sachen die wir auch so kennen auch aus vielen e mails sich immer wieder vorlese also was was haben wir da alles also wir haben da die dritte die sich irgendwie ein dritte person die sich ein mischt mit also wir haben auch wieder so ein dreieck natürlich mit einer eigenen agenda welche auch immer das genau ist wollen wir jetzt hier nicht vermuten scheinbar will diese yvonne ja auch auch irgendwie ins rampenlicht und und scheinbar offiziell sind sie ja auch nicht zusammen jetzt also es kommt eine dritte person rein mit einer eigenen agenda was vorwie schon nicht unbedingt gut ist so ne trifft auf einen auf einen mann der sich denkt euch super ich war schon irgendwie unglücklich war ich weiß nicht was oder ich habe mittlerpreises oder keine ahnung oder verspielte mittlerpreises und prima ist ja eine chance zum warm wechseln was aber nicht klappt auch das absolut absolute alltagsgeschichte immer wieder passiert es klappt nicht du denkst du kannst warm wechseln aber es funktioniert halt nicht und das dritte was wir hier haben ist die neue frau friendzone und ihn mal gleich auch das passiert total oft vor allem wenn wie gesagt die neue person vielleicht eine andere agenda hat ja wird gnadenlos gefrenzoned und wir haben hier einen peter klein der ja der keine fucking standards hat ne der sich da der sagt irgendwie ich ich liebe dich und ich bin verliebt oder der öffentlich nicht widerspricht wenn die yvonne sagt ja ich will aber nichts von ihm habe ich keinen bock drauf und ja der sich da zu klein macht und wirklich wie so ein ja einfach wieder wie ein bisschen also manchmal ist es ein bisschen wie der depp vom dienst da aussieht der jetzt nicht nur diese trennung am hals hat sondern auch die neue hat ihn auch gefrenzoned aber gut das sind halt erst das risiko eingegangen das ist jetzt bei rausgekommen ja und als viertes haben wir natürlich die ja gehörende ex-frau die einfach nicht gut sein lässt also auch das ist ein ewiger klassiker die einfach nicht gut sein lässt sie also so im ego ist das natürlich monatelang immer wieder gehetzt und gestichelt werden muss und natürlich muss auch in den container gegangen wird natürlich muss das auch wenn es keiner mehr werden will muss es wieder besprochen werden und natürlich ist die neue ist eine läufige hündin also es ist einfach so toxi toxi ja natürlich ist sie enttäuscht aber das ist eben auch ein zeichen von ego wenn man es einfach nicht nicht gut sein lassen kann dass und das ist oft also viele männer kennen das sie trennen sich meistens rennt sich ja eh die frau also sie trennen sich und ja und dann ist nicht ja okay ist alles scheiße na gut was machen wir jetzt sondern geht auf sie ein ein shitstorm nieder und ein bis einfach nicht aufhört nicht aufhört das können ganz viele männer glaube ich es hört nicht auf du wirst überschüttet mit noch ein video noch ein video wie schlimm du bist wie scheiße du bist weil du letzten da mal noch mal ehrlich letzten endes einfach was gemacht das was alltag ist was ich getrennt und es war ein bisschen messy ja okay muss man da monatelang wahrscheinlich bald jahrelang videos darüber machen kann man nicht irgendwann mal sagen okay move on ist jetzt so was machen wir jetzt ist scheiße also kann ich nicht verstehen aber wenn ich kann schon fast also abstrakt verstehen weil das ja auch in unseren meinen mails immer wieder ich kenne es auch aus meinem leben dass eine frau einfach nicht ist einfach nicht akzeptieren was willst du nicht akzeptieren und ja du bist mit mit hate speech mit weiß ich nicht allem möglichen überschüttet mit dem shitstorm mit beschimpfen und schlecht reden und gehässigkeiten ja ist das ist das irgendwie erstmal ist das ein gutes für sich werben wenn man eine neue beziehung haben will ich glaube nicht also für mich wäre das wäre ihres klein wirklich eine wandelnde red flag für eine neue beziehung weil du weißt genau was passiert wenn du nicht von der trennst du wirst auseinander genommen du wirst fucking auseinander genommen und so also ja manchmal nenne ich mal sowas auch was ihres dann macht so eine schmieren kampagne ist durchaus bekannt im bereich von destruktiven beziehungen oder beziehungsenden zumindest ja eine schmieren kampagne wird über ihn gemacht und ich finde das ganz schlimm warum kann man nicht einfach sagen okay ich bin traurig und ja es ist irgendwie scheiße gelaufen und aber gut manchmal kann man auch mal ein monat traurig sein man kann man manchmal kann man auch mal schimpfen monat manchmal auch mal ein monat öffentlich schimpfen aber dann ist auch mal gut ich meine sie profitieren ja sowieso alle davon viel mehr kennen sie als vorher irgendwie aber das ist eben zeichen von sehr sehr viel ego wenn man ja so eine schmieren kampagne raus macht und ja auch mit solchen wörtern um sich wirft also finde ich sehr problematisch von daher für die freunde des trash tvs kann man jetzt auch promi büßen wo diese yvonne halt drin ist und sie dann auch müssen auseinander genommen worden ist dass sie eigentlich nur so fame geil ist kann ja auch verstehen und dann wurde aber ihres klein zugeschaltet als also sie wurde dargestellt als das opfer was dann auch sagt ich bin die ich bin ich bin die opfer ehefrau wo ich denke wo ist wo ist die das opfer die hehe ist auseinander gegangen die frau stand reich wahrscheinlich ja es ist ein bisschen öffentlich passiert wie das so ist wenn man ständig in öffentlichkeit steht passieren solche sachen eben öffentlich wie bei ollie pocher auch nichts ungewöhnliches das passiert dann eben öffentlich also und dann wird sie auch so dargestellt als als die opfer ehefrau wo ich denke die hätten da beide sitzen müssen also und meinetwegen der peter auch noch irgendwie alle drei irgendwie und promi büßen machen aber da kannst du kannst du nicht die eine da raus suchen also so so toll ich die sendung auch finde und auch wie die ich finde auch die olivia jones macht das wirklich großartig aber ist natürlich wahrscheinlich auch in der produktion eingebunden aber dann yvonne da auf dem pot zu setzen und dann ihres klein zuzuschalten als die arme gehört geht in meinen kopf nicht rein und ist für mich auch für mich ist es auch aber das ist nur meine privatmeinung ist es auch eine fortsetzung von elektrozaun und näher im haus auf mallorca um hunde abzuwerten um den um den gartentisch damit die hunde nicht an den gartentisch kommen wird ein elektrozaun drum gemacht dass das ist so eine art von weiß ich nicht empathie problem glaube ich die ich persönlich schwierig finde aber gut jeder ist steht da wo er steht und also ich kann da also für mich ist das ist das wirklich eigentlich eine 08 15 trennung von menschen die teilweise zumindest sehr mit dem ego zu tun so und ja also vieles davon kann man wie gesagt aus dem brief nicht immer vorlese und und es wird es wird im alltag wäre es für die drei beteiligten auch super unangenehm wenn es eine alltagstrennung wäre aber so richtig kriegt diese schärfe eigentlich erst dass diese linse der öffentlichkeit darauf scheint und da irgendwas besonderes raus macht was ich nicht sehe muss ich ganz ehrlich sagen auch diese diese dritte frau die reingeht die yvonne wolke hat auch ist habe ich wirklich hundertfach würde ich fast sagen aber gut sagen wir mal zichtfach gesehen in paartherapie es kommt jemand von außen rein und gerade wenn für den mann jemand reinkommt ist das ist oft keine stabilen frauen ich meine natürlich musste auch ein gewisses mindset haben vor allem sie will ja eigentlich gar nichts von ihm sie wäre jetzt offensichtlich gar nichts von ihm du musst ein gewisses mindset haben um so eine ehe ja auch so ein bisschen kalt vor die wand laufen zu lassen so ne ich mal also dass das also die hatte auch keine gute rolle das ist auch das ist ein absoluter klassiker so aus aus paartherapien dass die gesagt gerade wenn der mann jemand hat dass das oft jemand ist einer eigenen agenda und gewissen zerstörungspotenzial sag ich mal und dann nicht plötzlich warm gewechselt wird in eine super stabile neue beziehung nee das kommt höchst selten vor so ne also das ist wirklich alles was wir da sehen ist standard alltag und aber kein schöner alltag ne das ist das verschiedentlich auch also wie kann man in so eine ehe das würde ich auch sagen aber wahrscheinlich schon unzufriedene unglückliche ehe vermute ich mal rein grätschen und dann den mann direkt friendzone irgendwie nur nur darauf achten dass man irgendwie in die öffentlichkeit kommt es ist ja also aus dem schnitt noch mal kurz eine sache wollte ich noch sagen dass mir auch zu lesen ist dass der peter sich scheiden lassen will was natürlich sein gutes recht ist und böse böse 100.000 euro verlangt also ich meine es gibt da gesetze die sind verheiratet ich glaube wahrscheinlich lassen sich nach deutschem recht scheiden und da muss ich auch wieder sagen wenn wir schon überall vergleichberechtigt sind gleiches recht für alle wenn jetzt ausnahmsweise mal die frau mehr geld hat und die haben zugewinnausgleich natürlich kriegt der mann dann mehr geld ist der mann geld das ist so dass wir immer schon überall gleichberechtigung haben ja dann hat er wahrscheinlich anspruch auf geld was er auch übrigens gesagt hat kenne ich auch gut dass man mündliche absprachen trifft in der beziehung zu finanziellen dingen macht das nicht leute also wenn man ist verliebt man denkt hatte ich auch erlebt in meinem leben mal man denkt man es wird sich daran gehalten und ist das erste was über bord fliegt vor allem wenn jemand zusammen ist der so im ego ist wie die ihres kannst du alles vergessen da kannst du noch was unter großen liebe schwören kurz nach dem sex kannst du irgendwelche dollen sachen ausgemacht haben die fliegen als erstes aus dem fenster das ist bitter das ist echt bitter aber gut wie gesagt dafür er hat man ja das ist ja nicht nur ein romantischer akt sondern auch ein akt sich bestimmten regeln zu unterwerfen wie gesagt wenn die ihnen zu gewinnausgleich haben ja und sie ist halt finanziell schwerer da kriegt er halt was ja die frauen auch ne und wenn die sowas nicht haben wenn ihr das irgendwie getrennt haben oder im ehevertrag und er kommt jetzt an mit ja wir haben aber mündlich vor zehn jahren kurz nach dem sex haben wir abgemacht ich kriege von die 100.000 euro wenn wir uns trennen ja guten morgen das ganze vergessen das ganze das ganze vergessen okay also ich finde persönlich finde ich ich weiß nicht ob es da irgendeinen opfer gibt bei den dreien kann ich jetzt nicht sagen der peter profitiert ja auch massiv davon kannte vorher keine sau irgendwie und also gibt es da irgendeinen opfer aber von den dreien wirkt der peter als der meisten gelackmeierte aus meiner sicht weil der hat eigentlich keine von den von der einen hat er sich getrennt und die andere darf man nicht haben irgendwie und aber es ist ja auch von daher ist er auch was man weiß ich kein opfer es hat meine erste sehnen august reingerannt er hat das risiko eingegangen und und lässt sich da wirklich friendzone des grauens wo wirklich alle red pillar die das sehen über das brückengeländer springen sage ich mal weil sie sich aushalten können ja es ist wirklich aber mehr ist dazu auch nicht zu sagen und ich hoffe auch dass man sieht ja bei den zuschauern auch ermüdungserscheinungen selbst da im promi big brother house soll es einfach das will einfach keiner mehr hören es ist einfach auserzählt und move on das leben geht weiter so so ist es ja was denkt ihr dazu schreibt es gerne in die kommentare und wir sehen uns bald wieder